Ich bin 33 Jahre alt und arbeite leidenschaftlich gerne. Und ich finde es einfach mit zunehmendem Alter immer ungerechter, dass je mehr ich arbeite, je mehr Erfahrung ich sammle, je mehr ich gelernt habe, sich das nie auf meinem Gehaltszettel auswirken darf, sondern dass ich eben immer bei diesen 700 Euro im Monat sein muss und alles, was eben mehr ist, wird eingezogen, weil davon ja die Assistenz bezahlt wird. Und es geht mir auch nicht darum, dass ich reich werden möchte, sondern es geht mir einfach darum, dass ich im Vergleich zu meinen Kollegen auch genauso viel verdienen möchte wie eben meine Kollegen auch. Und nicht mein Leben lang, weil ich auf Assistenz eben angewiesen bin, wofür ich nichts kann, auch im Alter dann später an Altersarmut leiden werde, weil ich darf ja auch nicht sparen. Und da beißt sich eigentlich die Inklusion selbst in den Schranz. 1 1 2 1 2 Bis zum nächsten Mal.